So Leute, was geht bei euch? Ich werde euch jetzt wirklich mit in den Urlaub nehmen. Ich darf nicht so laut sprechen. Meine Eltern sind gerade draußen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in Damm. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo Leute, wir sind jetzt endlich hier im Haus. Wir durften doch nicht früher rein. Dann bin ich mit meiner Schwester ins Schwimmbad gegangen. Und ja, wir haben das halt so, wir durften halt auch jetzt doch nur um fünf rein. Dann bin ich mit meiner Schwester bis um fünf jetzt im Schwimmbad gewesen. Ja und jetzt sind wir endlich ab. Ich kann euch auch erst mal eine kleine Eventure zeigen. Also für den ersten Eindruck. Wir haben ein Premium-Haus. Ja und das ist erst mal das Zimmer von mir und meiner Schwester. Ja, den Rest werde ich euch gleich zeigen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis dann. Und wir sehen uns morgen. Ciao. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir sehen uns beim nächsten Mal.